Willkommen in der Tango-Fabrik. Seit 1968 revolutioniert die Peter-Huber-Kältemaschinenbau GmbH mit außergewöhnlich kompakter Bauweise und hoher Präzision den Markt für Temporiergeräte. Ein Team von 150 Mitarbeitern, darunter 30 Kälteanlagenbauer und Meister, ließ Huber zum Marktführer für anspruchsvolle Temperaturregelung avancieren. Die Produktpalette mit über 500 Standardmodellen brachte über Jahrzehnte wiederholt Meilensteine hervor, wie beispielsweise die Mini-State. Seit 1976 sind sie die weltweit kompaktesten und in ihrer Klasse leistungsfähigsten Thermostate. 1990 reformierte Huber den Markt mit seinen Unistaten und realisiert damit den größten Arbeitstemperaturbereich innerhalb eines Gerätes. Und um für kommende Herausforderungen gerüstet zu sein, bietet Hubers Plug-and-Play-Technologie die Option, Regler auf einfachste Weise untereinander auszutauschen und Geräte aufzurüsten. Aber neben allen Fakten gründet die wahre Stärke der Unistate auf den gebündelten Inhouse-Kompetenzen. Forschung, Design und Produktion stammen bei Huber aus einer Hand. Alles weitere ist solide Handwerkskunst und die Anwendung geltender physikalischer Gesetze. Huber-Produkte arbeiten deshalb ebenso zuverlässig und dauerhaft wie die Verbindung verschweißten Stahls. Ob zur Produktion von Serienmodellen in hoher Stückzahl oder kundenspezifischen Maßanfertigungen, Der Einsatz modernster IT- und Warehouse-Systeme sichert Verwaltung und Abruf jedes einzelnen Bauteils on demand und optimiert damit Produktionszyklen, angefangen beim Entwurf bis hin zur Endmontage. Aufgrund minimaler Massen, kraftvoller Maschinen und selbstoptimierender Regelungstechnik erzielen Unistate enorme Kälteleistungsdichten und damit mehrfach schnellere Aufheiz- und Abkühlraten. Die Fortschritte in der Entwicklung von Mikroprozessoren und Display-Technologien hat Huber dazu genutzt, Reglern eine völlig neue Dimension zu verleihen. Neben individuell konfigurierbaren, multilingualen Menüs und intuitiver Bedienung, wahlweise über Drehregler oder Touchscreen, lassen sie sich in wenigen Sekunden am Gerät austauschen. Mit der 2002 vollzogenen Technologieübernahme elektronischer Expansionsventile, dem Herzstück moderner Kältetechnik, wurden alle Produktionsschritte unter einem Dach vereint. Dass heute nahezu jedes Bauteil von Huber entwickelt, produziert oder optimiert wird, garantiert somit bestmögliche Wertarbeit. Die Inhouse aus Edelstahl gefertigten Gehäuse bieten neben ihrer Robustheit, dank Korrosionsschutz und leichter Pflege, eine unvergleichliche Langlebigkeit für alle Maschinen. Und wenn gleich geschlossen, bleiben Huber-Produkte dennoch offen für den Dialog. So bietet beispielsweise das modulare Combox-Konzept unbegrenzte Kommunikationsmöglichkeiten für künftige Anforderungen. Innovationsgeist und die Fähigkeit, Kundenerwartungen zu übertreffen, machen Huber zum weltweiten Marktführer für Temperiertechnik mit einem Exportanteil von über 70%. Huber Spy Software zur Fernregelung und Aufzeichnung prozessrelevanter Daten bietet die Möglichkeit zur komfortablen Visualisierung und Dokumentation von Anwendungen. Und, falls erforderlich, untermauern erweiterte Garantieregelungen und weltweiter Kundendienst durch ein Netz internationaler Techniker den hohen Qualitätsanspruch des Unternehmens. Wenn es auf Resultate, schnelles Return on Investment und Leistung ankommt, gibt es keine Alternative zu Huber-Produkten, dem weltweiten Standard bei sowohl Forschung und Miniplant als auch Kilo Labor und Produktion. Es ist so einfach. Ihre Applikation und Huber Temporiergeräte – die perfekte Lösung.